Was magst du zum Frühstück? Hm, ich esse gerne einen Toast mit Marmelade. Zu Mittag esse ich heute Kartoffeln mit Gemüse. Hm, lecker! Hallo, zum Abendbrot esse ich Brot mit Käse. Ich esse abends warmes Essen. Zum Beispiel? Zum Beispiel bestelle ich Pizza. Oh, das ist lecker! Ich esse abends gerne Pommes mit Mayo. Was trinkst du? Ich trinke gerne Wein. Oh, ich mag am liebsten Rotwein. Wir können gerne einen zusammen trinken. Ich trinke gerne heben. Irgendwo ist es auf jeden Fall. Ich trinke gerne an den Runen. Ich trinke gerne einen woodenen Schlauch. Ich trinke gerne an den Rücken. Die Schlauchung. Vielen Dank.